Herzlich Willkommen zu einem neuen Haltungsvideo, nämlich heute geht es um die Art Archimandrita tesselata, nämlich auf deutsch Pfefferschabe, das ist auch eine südamerikanische Art, nämlich die adulten Tiere, sieht man hier, sind beide beflügelt, es gibt keinen Geschlechtsimorphismus, wo man Männchen und Weibchen unterscheiden kann, nämlich man muss dieses Tier umdrehen und dann ist das letzte Segment beim Männchen durchteilt und beim Weibchen ist dieses durchgängig. So, wie sehen die Jungtiere aus? Die Jungtiere sehen sozusagen aus wie so junge Totenkopfschaben, ich kann mal kurz welche suchen. Hier wären dann zum Beispiel welche, also man sieht noch unbeflügelt und erst mit der Adulthäutung kriegen die dann so wunderschöne Flügel. Genau, und dass ihr die wunderschönen Tiere auch natürlich bei euch halten könnt und wie ihr die zur Zucht bewegt, erzähle ich euch nämlich natürlich jetzt auch noch. Also, die Tiere sind sozusagen je nach Größe im unterschiedlichen Bereich in der Box oder im Terrarium. Einmal die Jungtiere, wie viele andere Schaben, sind die viel in der Erde drin, aber was da auch wirklich sehr, sehr schön ist, sind auch trotzdem großteils immer mal wieder oberirdisch zu sehen, aber das darf man nicht unterschätzen, dass diese Tiere natürlich auch einen gewissen Bodengrund brauchen. Da würde ich euch 10 cm, würde ich schon sagen, empfehlen, weil die ja auch relativ groß sind, selbst auch mal die adulten Tiere in die Erde gehen und deswegen würde ich sagen, so 10 cm Kokoshumus, Laubwaldhumus, Flakesoil, was ihr da natürlich nehmen wollt. Genau, die eine geht es gerade, aber wir machen natürlich trotzdem weiter, dann nehmen wir einfach hier eins der Jungtiere. Genau, dann wie man schon sehen kann, ist eine der wichtigsten Einrichtungen neben dem Bodengrund natürlich die Versteckmöglichkeiten, wo natürlich auch Spalten und so entstehen sollten. Zum Beispiel kann man Korkröhren nehmen, Korkrindenstücke, einfach normale Rindenstücke von unterschiedlichen Laubbäumen. Dann kann man natürlich Flechten mit Moos, Äschte mit Moos bewachsen, so, nicht Flechten mit Moos. Kann man natürlich auch nur Flechten oder auch nur Moos natürlich haben, hat der Versprecher auch noch was gebracht. Und dann natürlich, was man jetzt hier auch schon sehen kann, dass die Tiere sich auch natürlich dann zwischen diesem ganzen Sach sehr wohl fühlen. Eichen und Buchenlaub, das fressen euch die Tiere teilweise. Jetzt nicht so stark wie so Leuchtschaben oder so, aber wird von den Tieren auch natürlich gerne gefressen. So, jetzt, wenn wir ja gerade schon beim Fressen sind, was fressen denn diese kleinen süßen Racker? Die fressen, was man hier jetzt sehen kann. Also einmal Mixed Real Party House von Biolädchen, nämlich Banane, Gurke, Zucchini, Apfel, Karotte, Champignons und natürlich dann noch, wenn ihr Hunde und Katzen habt, die wollen natürlich auch Hunde- und Katzenfutter gerne fressen. Natürlich jetzt kein Hund oder eine Katze ganz. Das ist ein bisschen viel auf einmal, da müsste man Häppchen machen. Aber sonst kann man natürlich wirklich Hunde- und Katzentrockenfutter wirklich gut verfüttern. Genauso geht natürlich auch sehr gut Fischfutter. Das verfütter ich sehr, sehr gerne und auch in größeren Mengen, dass sich auch die adulten Tiere gegenseitig nicht die Flügel annagen. So, das wäre schon zur Art von der Haltung so. Temperaturtechnisch auch natürlich noch wichtig. Ist so 25 bis 27 Grad Tagestemperatur. Nachtabsenkung kann ruhig auf so 22 bis 20 Grad runter. Nicht unter 20 lange Zeit und nicht über 30 lange Zeit. Da könnte es gefährlich dann für die Tiere werden, wenn da konstante Temperaturen über diesen beiden Maßen sind. Dann zu Feuchtigkeit ist zu sagen, dass die Art so 70% Luftfeuchtigkeit braucht. Das heißt, eine Ecke feucht halten. Der Rest könnt ihr trockener machen oder immer mal wieder überbrausen. Das müsst ihr einfach für euch rausfinden. Und da sieht man ja dann auch, wie sich die Tiere wohlfühlen. Ich habe hier auch noch kubanische Asseln vergesellschaftet. Man könnte auch natürlich süderamerikanische Tausendfüßler oder sowas dazu machen, die es aktuell im Hobby nicht gibt oder sehr, sehr schwierig zu finden ist. Man kann natürlich auch einfach, wenn man kein Themenbecken macht, natürlich so Tausendfüßler halten, gerade afrikanische und asiatische Arten, wie die Spirotreptus-Arten und so. Gibt es da nicht wirklich genügend, wo man toll damit vergesellschaften kann. Genau, das wäre es jetzt von mir. Noch ganz kurz am Ende. Die Art kann zweieinhalb bis drei Jahre alt werden. Je nachdem, wie warm das man zerhaltet. Und so spielen da natürlich die Faktoren mit. Aber jetzt bin ich wirklich am Ende meines Lateins angelangt. Wenn ihr sozusagen noch Fragen habt oder ich irgendwas vergessen haben sollte, wo ihr gerne wissen wollt, dann stellt mir das gerne in die Kommentare. Ihr könnt mir ja gerne schreiben, ob ihr sozusagen Aufferverschaben haltet und natürlich, wie ihr die Art insgesamt findet, wenn ihr jetzt in Schabenhaltung gerade einsteigt und euch dafür das Interesse geweckt habt, dass ihr euch die wunderschönen Tiere ausschafft, ähm, nochmal Versprecher, auch nochmal holen wollt. So, ihr merkt, es hat keinen Sinn mehr. Ich würde sagen, bis dann und ciao, ciao.